Hallo, ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie das Apple iPhone 5 erstmalig in Betrieb nehmen. Dazu brauchen Sie einen aktivierten iTunes-Account. iTunes habe ich im Hintergrund schon offen. Wenn ich das Gerät hier auf der Oberseite anschalte, dann kommt hier bereits der Hinweis, dass ich einmal diesen Slider bewege, um jetzt meine PIN einzugeben. Das Gerät wird jetzt erstmal entsperrt. Die PIN-Angabe war erfolgreich. Als nächstes kann ich die Sprache wählen. In dem Fall möchte ich das Ganze auf Deutsch haben. Die Sprache wird jetzt gewechselt, dauert einen kleinen Augenblick. Jetzt wird mir Land und Region angezeigt, wo ich mich aufhalte. In dem Fall in Deutschland. Ich könnte das iPhone jetzt entweder über Wifi in meinem Heimnetzwerk aktivieren oder ich mache es wie folgt, dass ich den iPhone-Connector, den ich bereits mit meinem Computer verbunden habe, ja mit dem iPhone verbinde. Und dann kann ich mich das iPhone über iTunes aktivieren. Ich gehe jetzt über das mobile Datennetz. Hier im Hintergrund sehen wir bereits, dass das neue iPhone gefunden wurde. Ich kann jetzt hier sagen, ob ich es als neues iPhone konferieren will oder ob ich ein altes Backup wiederherstellen will. Ich sage jetzt hier als neues iPhone. Die Einstellungen, was synchronisiert werden soll, kann ich auch später vornehmen. Ich aktiviere das jetzt hier einmal und in dem Fall wird das iPhone im Hintergrund über iTunes eingerichtet. Als nächstes kann ich hier nochmal auf dem iPhone selbst sagen, ob ich Ordnungsdienste aktivieren oder deaktivieren möchte, also insbesondere GPS, aber auch das andere System, was das iPhone unterstützt. Hier weiß dann nicht mehr darauf hin, dass ich jetzt noch kein WLAN verbunden habe. Ich kann jetzt hier meine Apple-ID angeben und mich verbinden. Ich muss dazu die Nutzungsbedingungen aktivieren. Ich kann auch entscheiden, ob ich Siri verwenden möchte oder nicht, also Siri ist ja diese Spracherkennung von Apple. Dann hier, ob ich hier Fehler senden möchte oder nicht. Und das iPhone ist jetzt konfiguriert. Und los geht's. Was man hier sehr schön sieht im Vergleich zum alten iPhone, dass ich hier fünf Symbole untereinander habe, bisher meistens vier. Das ist halt das größere Display. Und er hat nochmal nachgefragt, ob ich iMessage aktivieren möchte. Das ist ja quasi ein alternativer Dienst zur SMS. Wenn Sie Freunde und Bekannte haben, die auch ein iPhone nutzen, können Sie quasi übers Internet iMessages schicken, die dann kein extra Geld kosten, wie zum Beispiel SMS, sofern Sie nicht eh eine SMS-Flat haben. Ja, wie gesagt, jetzt ist das iPhone aktiviert. Und hinten im iTunes wird sie noch angezeigt mit dem entsprechenden Speicherplatz. In dem Fall habe ich die 64 GB Variante. Effektiv sind davon 57 GB nutzbar. Und könnt jetzt hier nochmal einstellen, was ich alles synchronisieren möchte. Das heißt also Musik, meine Outlook, Kontakte und so weiter. Runden Sie sich doch das Apple iPhone 5 auch nach Hause. Sie haben gesehen, die Aktivierung und die Einrichtung geht sehr schnell. Und dann können Sie direkt loslegen, die verschiedenen Apple-Funktionen ausprobieren mit dem iPhone. Mit dem großen Display macht das auch viel mehr Spaß jetzt. Das Gerät gibt es mit Vodafone SuperFlat Internet mit den verschiedenen Varianten besonders günstig. Schauen Sie doch auf unserer Webseite. Unter dem Video finden Sie einen Link, wo Sie mehr Informationen finden. Ja, ich habe es mit Vodafone sehr gut. Ich habe es mit Vodafone sehr gut. Es gab es mit Vodafone sehr gut. Also, ich habe mich die Vodafone sehr gut. Wir haben es mit Vodafone sehr gut. Und was wir haben ihn Internet mit Vodafone sehr gut. Du immer besser zu sehen.